Als Keramiker bezeichnet man berufstätige Personen, die aus keramischen Materialien Werkstoffe oder Gebrauchsgegenstände, aber auch Kunstwerke fertigen. Dies umfasst die Aufbereitung des Materials, die Herstellung der Form und die Behandlung der Oberfläche, etwa durch Glasieren oder Dekorieren. Grundsätzliches zum Berufsfeld Die Arbeit mit keramischen Materialien als Beruf lässt sich heute in drei Hauptrichtungen einteilen. Industriekeramik so genannt, Gebrauchskeramik und Keramik als Kunstbereich. Die etablierte Berufsbezeichnung Keramiker bezieht sich einerseits auf reinhandwerkliche Berufe, andererseits aber auch auf ein Feld der bildenden Kunst. Es gibt daher eine Diskussion ob Keramikkünstler noch unter der Berufsbezeichnung Keramiker erfasst werden sollen. In Ermangelung einer anderen Kategorisierung wurden bisher aber fast alle Keramikkünstler in Wikipedia auch als Keramiker erfasst. Daher gibt es diese Darstellung. Industriekeramik bzw. technische Keramik bezieht sich auf die Entwicklung und Herstellung von Werkstoffen und Objekten, die hinsichtlich Eigenschaften und Verwendung auf technische Anforderungen hin entwickelt und produziert werden. Wichtigste Bereiche der Industriekeramik sind keramische Bauteile als Isolatoren und Keramikkondensatoren in der Elektro- und Elektronikindustrie. Dazu kommen keramische Werkstoffe in der Zahntechnik. Gebrauchskeramik umfasst die Herstellung von Werkstoffen und Gebrauchsgegenständen aus Keramik, Tafelkeramik und ähnliches. Hier überwiegt die Massenfertigung industrieller Prägung, wenn es auch immer noch Werkstätten mit handwerklicher Fertigung gibt, etwa von Tafelgeschirr in Porzellanmanufakturen oder durch Scheibentüpferei aber auch von Ofenkacheln. Wichtigste Bereiche sind heute einerseits die Herstellung von Oberflächenverkleidungen im Baubereich, andererseits die Fertigung von Tafelgeschirr und Kochgeschirr aus den Materialien Porzellan oder Steingut. Die Arbeit als Keramiker ist auch eine Sparte der bildenden Kunst, die das Gestalten von Unikaten, Gefäßen, Skulpturen und anderen keramischen Objekten als Kunstwerke zum Ziel hat. Keramiker dieser Ausrichtung sind freischaffende Künstler und betreiben ein eigenes Atelier. Es gibt allerdings heftige Widerstände innerhalb der künstlerischen Keramik, in einem Atemzug mit handwerklichen oder industriellen Bereichen der Keramik genannt zu werden. Ausbildung Keramik ist einerseits ein Lehrberuf, andererseits eine künstlerische Ausbildung an Kunsthochschulen und vergleichbaren Kunstschulen. Keramik als Lehrberuf gibt es in vielen europäischen Ländern mit einer Ausbildungsdauer von drei zu vier Jahren. In Österreich wurde der Lehrberuf Keramiker mit 1. Juli 2009 neu geordnet und mit folgenden Schwerpunkten mit jeweils drei Jahren Ausbildungsdauer eingerichtet. Gebrauchskeramik Baukeramik Industriekeramik Keramik als künstlerische Hochschulausbildung gibt es in fast allen europäischen Ländern und auch weltweit. In Österreich und Deutschland gibt es derzeit folgende Ausbildungen. Bachelor- und Masterstudium Plastische Konzeptionen Keramik an der Universität für Gestaltung Linz Bachelor Bildende Kunst Studium 2 Keramik an der Universität für Angewandte Kunst Wien Aufbaustudiengang Keramische Formgebung an der Meisterschule für Kunst und Gestaltung der Ortweinschule Graz Bachelor Freie und Angewandte Keramik an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart Master Freie Kunst Keramik an der privaten Mottesius Kunsthochschule in Kiel Bachelor Freie Kunst Keramik und Glas an der Akademie der Bildenden Künste München Bachelor und Master Freie Kunst Keramik Glas an der Hochschule Koblenz Campus Höher Grenzhausen Siehe auch die Liste der Keramiker Die hier kategorisierten Personen sind zumeist KeramikkünstlerInnen Liste der Keramiker